ein sonniges willkommen zu einer weiteren runde oxygen not included natürlich mit mir eurem sunny so ich habe mich dazu entschlossen wir kommen uns jetzt nicht darum das hier noch mal weiter zu optimieren jetzt hier ein bisschen was gemacht wir werden tatsächlich versuchen mit der sputnik hinzufliegen und den dub abzugeben oh gott ich habe da ein bisschen angst vor es kann nur schief gehen wie weit waren wir denn hier mit der vorbereitung gekommen er war jetzt ausgeschaltet hatte er hier zumindest erreichbar baustelle also weil kein dub da ist der hinkommt na klar macht tatsächlich einen gewissen sinn kann ich jetzt tatsächlich nicht in dem sinne abstreiten das ist hier ein bisschen ärgerlich was ich hier gerade sehe das essen was hier war ist leider verrottet das wird halt echt nicht einfach wir haben hier wirklich wenig nahrung wir haben hier keine nahrung die ausgegraben werden kann soweit ich das sehe hier ist ein bisschen nahrung und das kann bis dahin halt auch wieder verdorben sein melo ist hier abgestattet ja die verdirbt das gleiche mit der die ist auch verdorben wenn wir da sind das heißt das wird halt wirklich gefährlich was da rauskommen kann keine ahnung hätte man mal gucken sollen ob der roboter das schafft rein zu gucken hier drüben können wir was ernten das könnte klappen hier auch was wird es wird hart es wird hart es wird sehr risikoreich für den dub wir werden gucken ob es klappt ich werde ich werde es gibt eine bessere methode dafür ich kann mir gar nicht vorstellen dass das so schwierig sein soll das kann ich mir gar nicht vorstellen aber ich wüsste halt nicht wie es besser hinkriegen soll das ding steht ja doof wenn ich mich raus grabe mache ich es kaputt guck mal hier haben wir ein hexalent der gibt relativ viel nahrung das weiß ich das gibt so eine hexalent frucht oder so die ist ziemlich gut also die alleine könnte uns fast ein zwei tage überleben lassen wenn ich sie finden würde hallo saufen turf salat pincher pilz wrap pilz wrap pflanzenfleisch welcher pflanze so keine ahnung hexalent frucht hier die gibt 6400 kalorien aber überlebt ein momentchen okay das heißt wir müssen nur dafür sorgen dass er halt auch darüber kommt das kann dann hoffentlich unser unser robot dabei helfen der wird dann hier versuchen den weg rüber zu legen auf dem dann unser dub lang kann muss das hier angraben das wird das wird interessant gleichzeitig müssen wir versuchen das dem dub zu verbieten das wird interessant das wird sowas von interessant ich habe ein bisschen manschetten davor vor allem selbst selbst wenn wir es halt schaffen hier möglichst viel von dem von dem sauerstoff halt zu schaffen zu speichern wird danach hier sehr dünne luft sein also ich vermute mal ehrlich gesagt das beste statt hier runter zu graben wird deutlich sein dass wir hier uns durchgraben die sachen hier angaben damit einfach ein bisschen luft frei wird und dann graben wir uns hier irgendwie runter wir werden hier wahrscheinlich dann einer einer wasser wasser ich sag schon eine wasserstelle reinsetzen und ansonsten haben wir uns hier runter und hier runter kommt darüber an ein bisschen bereiche ran beziehungsweise oder wie ja und währenddessen kann der roboter dann daran arbeiten hier in den weg rüber zu legen irgendwie müssen wir gucken wird interessant und das ganze wird nur ein und das ganze mit nur einem dub der tierisch am rad drehen wird weil ihm der stress durch dich alles durchgehen wird das wird wirklich interessant werden ja gucken wir mal an welchen welchen dub wir uns da aussuchen also wir brauchen jemanden der mechatronik kann wir bräuchten jemanden der graben kann ernsthaft jetzt jetzt beschwert sich das gerät hier gerade dass die batterie alles sekunde das ist doch jetzt nicht dein ernst die ganze zeit stehst du hier so hab ich die batterie jetzt rausgenommen Entschuldigung so ähm der hat fast schon ein bisschen viele punkte äh die haben halt alle schon ne der hat gar nicht so viele ähm hat das schwere graben hat 6 punkte oder das sieht doch nicht schlecht aus Rowan wir müssten wir müssten jetzt dafür sorgen dass er mechatronik bekommt das sind halt 5 punkte ne eiskalt aber wir brauchen das schwere graben um sicher zu gehen kochen wäre grillen wäre auch noch gut aber wichtig wäre halt die mechatronik so da ist er halt auch bei 24 moral na also da gibt es halt auch nicht viel Hilfe und grillen haben wir alle seine punkte verbraucht und er ist bei 24 moral mit dem moral also bei 17 moral bedürfnis das kriegen wir auf dem anderen planet natürlich nicht ansatzweise hin so es wird interessant werden es wird definitiv interessant werden so ähm dann brauchen wir natürlich ein bisschen Nahrung die werden wir rüber äh noch mal ein bisschen was herstellen ähm eingelegte Mahlzeit wir schicken jetzt 2 Leute rüber machen wir mal 6 könnten hier 3 und hier 3 machen ehrlich gesagt wir haben ja mindestens 2 Küche und wenn es doch nur einer ist der daran arbeitet dann kann er hin und her springen sonst sollte das schon irgendwie hinhauen was haut ihr euch jetzt gerade eigentlich rein was isst ihr isst Barbecue Barbecue und Barbecue die lassen es sich gut gehen die lassen es sich halt hart gut gehen nicht dass ich neidisch wäre auf ein leckeres Barbecue überhaupt nicht leckeres Barbecue ok wir gucken mal wann die Aufträge fertig sind wie viel ist immer einer 1800 ja das reicht dicke das reicht dicke das ist volle Ordnung wir haben tatsächlich glaube ich nur einen ernsthafteren arbeiten gehabt wir haben hier noch ne Menge Sauerstoff ne wie Sauerstoff steht denn hier noch in der in dem Gefäß auch gar nicht mal so viel 266 das heißt die haben wahrscheinlich tatsächlich von da präferiert genommen ne als sie das da oben aufgefüllt haben weil hier war mal relativ viel meine ich jedenfalls mehr als 266 Gramm so ok ja dann können wir schon mal einen zusätzlichen Anzug wahrscheinlich bauen haben wir nicht schon mal einen zusätzlichen Anzug gebraucht? doch hier ok ok wir können also damit auch jemandem den Auftrag geben einen Anzug anzulegen denn ich sage diesen Anzug hier abkoppeln ist dieser Anzug ist dieser Anzug dann voll mit Sauerstoff? ist dieser Anzug dann voll mit Sauerstoff? Atomschutzanzug Sauerstoff ja ist er ja hm ok dann haben wir ein geplatztes Trommelfell bei dem Dub was schlecht ist aber das könnte gehen der zieht ja sowieso den Anzug an wenn er oben reingeht äh was war das jetzt? wo liegt jetzt hier der Anzug um? er hat jetzt den gefüllten Anzug hier reingepackt das könnte auch schlechter sein ne ich lass mal den gefüllten Anzug hier oben reinpacken oder? ne macht keinen Sinn wir werden das so machen die Leute steigen hier ein sowohl der Flieger als auch der Co-Pilot also der, der mitfliegen wird und ziehen die beide ihre Anzüge aus und sollen die in den Lagerbehälter reinschmeißen wenn wir da sind sage ich dem Mitfliegenden er soll sich den Anzug anziehen ähm kleiner Test ob das funktioniert irgendjemand hier gerade in der Nähe von dem Ding Otto, Otto Otto, zieh du dir doch mal den Atemschutz Anzug an das geht yes, das geht fantastisch ja voll cool guck mal hier Anzug liefern Freigabe, freier Platz, Duplikanten im Anzug nein, immer ok, ok, ja das, das könnte das könnte richtig gut werden dann hat der zumindest noch den Anzug auf dem Planeten für eine Weile nicht wahnsinnig lang aber das, das erhöht definitiv ganz enorm seine Überlebenschancen oh yeah jetzt ist nur die Frage schafft die Rakete es auf dem anderen Planeten zu landen wieder zu starten und zurück zu fliegen oder muss die dann gefüllt werden oh, muss die zwischendurch getankt werden oder nicht also als wir zurück waren war das genau die Hälfte das würde eigentlich bedeuten es reicht nicht na, das wäre eigentlich ziemlich eindeutig ach ja puh, wie machen wir das? ich denke mal, wir speichern Risky Biscuit falsch geschrieben? ich weiß Biscuit müsste noch ein E hinten rankriegen und Risky habe ich jetzt sowieso völlig falsch geschrieben ne, C, Y, alles klar ich hoffe, C, Y wäre richtig ich, ich es ist ein Joke ähm jetzt habe ich viel zu viel darüber nachgedacht dafür, dass ich einfach mir dachte ich schreibe es mal absurd und jetzt bin ich verwirrt, wie es richtig ist super, fantastisch ich habe das großartig gemacht mich verwirren ist eine große Hilfe und dann kommt hier Roan rein Crew Crew Innenansicht Nahrung haben wir hier genug 6 Kilogramm sollte 10.800 Kalorien kein Problem ähm wir haben ein Bett das müssen sie sich teilen mal gucken, wie das wird was wird jetzt ich ich überspeichere den Punkt nochmal Risky Biscuit, ja ich finde die Schreibweise lustig jetzt, wo ich es nochmal sehe steigt mal ein ihr beiden das wird das wird interessant sind beide drin oder war das nur einer von den beiden das ist Liam so Liam Anzug ablegen ok wo bleibt Roan 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 ist auf dem Weg ok ja dann Roan Anzug ablegen dann müssen hier natürlich die Anzüge jetzt reingelegt werden Purer Zufall ich hab das überhaupt nicht gewusst dass das geht ok den beiden müsste jetzt das Trommelfell geplatzt sein jawoll Stress plus 20% für die nächsten Zyklen da es auch nicht heilen wird hier drin großartig mehr Stress ist genau das was die beiden brauchen dann Crew wechseln ne ändern ja kürzer können wir den Flug nicht machen wir machen ihn also bis dahin Warnhinweis bestätigen Frachtfahrladung unvollständig ich weiß nicht was sie mit dieser Frachtfahrladung unvollständig haben es ist alles vollständig eingeladen ähm ich denke nicht dass ich auch noch Oxidit einladen könnte das hier ist vollständig eingeladen Warnhinweis bestätigen Abflug Start Oh yeah Oh yeah das ist warm Sollte ich vielleicht weiter oben starten lassen damit das wirklich warme Kohlendioxid hier sich nicht so sehr verteilt Okay Okay Puh Ja soll ich dann den tatsächlich oben warten lassen ich meine klar der bekommt eine Lebensmittelvergiftung er wird es nicht cool finden aber wenn die es halt unten hinkriegen schnell eine Landeplattform für ihn zu bauen und er kann dann gleich damit wieder abfliegen wäre das natürlich großartig Wisst ihr was wir vielleicht hätten machen können jetzt wo ich darüber nachdenke statt Rover einzuladen hätte man nochmal Saccharose und Dünger versuchen können mitzunehmen dann hätte man das Material gehabt mit dem man hätte starten können Das wäre eine Variante gewesen So Wer auf jeden Fall abspringen wird ist Roan Das wird so Oh Gott Das wird so katastrophal schief gehen Das wird so katastrophal schief gehen Wir werden den reinbringen Der wird sofort den an den Sauerstoff herangraben Dann wird er den müssen wir den Anzug ablegen nach Möglichkeit Müssen ihm verbieten raus zu gehen aus dem Bereich der mit Sauerstoff versorgt ist Oh Gott das wird so krass einfach Das wird so übel Oder ich lass Er hat eine Sauerei gemacht Ach man Leute Macht doch nicht das was ich euch sage Macht das was ich will dass ihr es macht Ei Karamba Okay Wie ist es? Haben die jemanden momentan zu unterhalten? Wir können natürlich den auch sofort zurückschicken Die Umbaumaßnahmen machen und wieder hinschicken Weil ein zwei Tage wird er auf jeden Fall da überleben Das sollte hinhauen Und das gibt ihm dann genug Zeit das zu machen Dann könnten wir den Versuch tatsächlich machen mit Mit einer Lande Die Landeplattform aufbauen Und er kommt hinterher mit Mit dem Mit dem Material das er gleich wieder starten kann Und auf dem Wege könnten wir dafür sorgen Das Wir einfach ein bisschen Material auf den Planeten bringen Aber es ist halt Es ist halt eine Wenigstens eine Funktionsform zu wenig Ich pausiere, genau In dem Bildschirm pausiert In dem Bildschirm pausiert Ich mache da natürlich richtig Sinn Oh Mann Oh Mann Ich bin richtig nervös Ich bin richtig nervös Ähm Fehlende Ressource Metall-Erz Eigentlich nicht Eigentlich gibt es Metall-Erz auf dem Planeten Achso, es gibt keinen Dupe der Oder was ähnliches Äh Ich frage mich was man mit dem jetzt machen kann Ob man die jetzt zerlegen kann Hm Oh Mann Ich bin echt gespannt, ne Das wird echt Das wird echt interessant Das hier funktioniert so wie intentioniert Ja, guck mal Und wenn jetzt hier Äh, jetzt sehen wir das gerade nicht Jetzt wird hier ein bisschen was verbraucht Das rückt nach Die gehen hier nicht wirklich an Weil die anscheinend noch voll sind Aber hier über die Ecke läuft es einfach nicht drüber Fragt mich nicht warum, aber es tut's nicht Aber dafür wird auch hier die hier oben zuerst verwendet Von daher Von daher Auch in Ordnung Da das sowohl hier ist, dass sie erst nach oben geht, aber auch hier von oben zuerst runter kommt Das soll's mir egal sein Kein Forschungsschwerpunkt ausgewählt Ja Ja, wir haben Petroleum Engine erforscht, Gasherd erforscht und Entsafter erforscht Wir können nochmal was erforschen Ich hab jetzt bewusst pausiert, weil Ich will gleich gucken, was die jetzt treiben Was haben wir hier Hammer und Ne, das ist nur für Geräusche Flüssigkeitsfrachtraum und Surf Simulator sowie Raketenflüssigkeitsdepot Das könnte Sinn machen Das Raketenflüssigkeitsdepot, gab's das auch in Feststoffform? Glaube nicht, ne? Doch, hier Raketenfeststoffport Allow solids to be loaded and unloaded from the storage of a linked rocket Automatically links when built to the side of a rocket platform or another rocket port Was ist der Unterschied zwischen einer rocket platform und einem rocket port? Ähm, wie heißt das Ding? Raketenfeststoffport Oh, Moment! Das Ding ist ein Port Das heißt, ich kann mehrere davon wahrscheinlich aneinander stellen Macht wahrscheinlich Sinn Kann ich mitleben? Wenn ich jetzt hier Wahrscheinlich genau das Richtige, das jetzt zu machen Oh, kann ich die sozusagen dazwischen klemmen und der reicht das weiter? Das heißt, ich kann hier vorne ein Ding befüllen Und der reicht das dann an alle in der Reihe weiter und befüllt die, bei denen es Sinn macht? Ist es das? Aber das wäre schon ziemlich cool Wir, wir probieren das aus Wir probieren mal aus, ob das so funktioniert, wie ich mir das Wie ich das gerade verstehe Brauchen wir hier ein bisschen Platz natürlich Und das ist 2, ich denke mal so reicht's So Gucken wir uns gleich mal an Wie weit seid ihr fortgeschritten nach 0,4 Zyklen? Aber ich sag, wir schicken den Wir schicken den gleich wieder zurück Oha, das wird, das wird Wir sind bei 24 Minuten Wie ist denn das passiert? Ich müsste jetzt die Folge normalerweise beenden Ich habe es geschafft, so lang rumzuschlawenzeln um die Situation Dass wir 24 Minuten verbraucht haben Das ist doch nicht dein Ernst Spiel! Ich tu mir sowas nicht an Transport Ja, nicht hoch genug weggenommen Das ist die richtige Höhe, okay Sternkater Noch 0,2 Zyklen Okay, es lässt sich halt wirklich Zeit, ne? Ähm, ein Zyklus hat übrigens, wenn man es langsam laufen lässt 600 Sekunden, weil ich ewig mal nachgucken wollte Jetzt habe ich es mal endlich geschafft 10, also genau 10 Minuten sind eingegrenzter Tag Ähm, dementsprechend, die sind hier halt schon ein bisschen unterwegs Wenn man das auf normal laufen lassen würde Ah, Mann, das wird was Okay, wir müssen auf jeden Fall gleich daran denken, dass Roan als erstes dann mal seinen Anzug wieder anzieht Und dann abgeworfen wird Okay Ähm, Innenansicht Anzug Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so gedacht ist Die Anzeige ist wirklich Merkwürdig hier Dass der Sauerstoff hier unten aufgeführt wird und nicht direkt unter den Anzügen, ne? Nein, das ist jetzt echt wichtig Du, du musst das jetzt Du musst das jetzt machen Roan Roan Ernsthaft? Roan Nein Du darfst jetzt nicht schlafen Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Roan Ja, wäre gut gewesen, wenn Roan in dem Bett geschlafen hätte Okay Deploy Jetzt können wir entscheiden, wo er deployed wird Wir können hier hin Wir könnten auch, ich denke hier hin Ich habe ein bisschen Angst, weil hier ja eine Lücke ist Hier drauf hätten wir das Problem, dass er nicht runter käme Ich packe ihn also da hin So, dann deployen wir natürlich auch das Rover-Modul Das kommt hier hin Und Dann Gucken wir mal jetzt, was auf dem Planeten passiert, denke ich mal Wollen wir die Rakete gleich zurückschicken? Ich würde sagen, wir schicken die Rakete gleich zurück Ich denke ja Ja komm, ändern Kann ich hier irgendwo sehen, wie viel Energie zu diesem Zeitpunkt die Rakete hat? Irgendwelche Statistiken über diese Rakete zum jetzigen Zeitpunkt Ressourcen Ressourcen Saccharose Haben wir hier keine Anzeige Das heißt, wir wissen nicht, wie viel wir tatsächlich zu diesem Zeitpunkt Doch, hier, Raketentreibstoff 383 383 338 338 Okay Wie viel hat der Staat verbraucht? Können wir uns das nicht irgendwie genauer angucken? Wir haben doch hier die Diagnostics Kann ich mir die mal genauer angucken? Diagnostics can be muted Ich will die nicht muten Ich will mir die genauer angucken Ich... 338 Hat der verbraucht, als er Als er... Ah, Moment mal Er startet zweimal Wenn er genau die Hälfte verbraucht hat Genau die Hälfte Dann müsste er sicher landen können Weil Dann ist er der Start Plus Flug Plus zurückfliegen Damit ist der Flug zweimal drin Plus Landung Jetzt haben wir Wir haben ja ein Flug weniger Also wir haben... Ja, die zwei Flüge bleiben ja die gleichen Wir haben nur zwei Landungen Statt einer Und zwei Starts statt einer Das heißt, der Treibstoff müsste reichen Der Treibstoff müsste reichen Wir werden's... Wir gehen das Risiko ein Wir probieren das aus Wird eine lange Folge Tut mir leid Tut es euch auch leid Ich find's... Ah, das ist wirklich interessant gerade Wir haben hier noch... Wie viel Kalorien drinnen? Noch über 8000 Kalorien Ich hoffe, dass unser Freund auf dem Planeten Ebenfalls genug Nahrung dabei hat Ähm... Beziehungsweise sich nochmal voll gegessen hat Bevor er runter ist Rowan Hat eine relativ hohe Menge Wo ist dein Schutzanzug, Rowan? Wo ist dein Schutzanzug? Okay Rover Der Bereich hier muss aufgemacht werden Und das hier hat absolute Priorität Das muss fertig gebaut werden Es geht um das hier Wieso? Bedienung durch Duplikanten Mach das hier Hält der den Atem an oder nicht? Er hat einen Anzug an Er wird nur nicht angezeigt Okay Dann waren wir hier gerade etwas schnell Kannst du das? Kannst du das? Ja, du kannst das Okay, 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 okay Das sieht schon mal gut aus Sobald wir die Tür haben, verbieten wir ihm da raus zu gehen Ich hätte natürlich gerne verhindert, dass der Sauerstoff hier raus geht Aber ich dachte, er hat keinen Anzug an Ähm... Du darfst nicht rausgehen Beziehungsweise, grundsätzlich dürfen Leute rausgehen, aber Rowan darf momentan nicht rausgehen Rowan darf nicht rausgehen, haben wir gesagt Anzug ablegen Rowan ist gefangen Absolut korrekt Absolut korrekt Rowan ist gefangen Habt ihr gut erkannt So, woraus besteht hier das Zeug? Magmatid Hervorragend Dann... Hier rüber bauen, das hier weg bauen Und... Hier eine Leiter runter So... Ah, vielleicht können wir die Leiter eins weiter links setzen So... Zack... Und auch hier rüber bauen Das sind jetzt alles Aufträge, die Rowan bekommt Rover... Bist du mir hier auch angezeigt? Du bist mir hier lustigerweise oder ungünstigerweise nicht angezeigt Okay... Kann man mit ihm jetzt eigentlich irgendwas machen? Gar nichts, ne? Ich sehe hier gar nichts Er steht jetzt hier einfach rum Kann ich ihn kaputt machen? Nö... Er ist einfach hier Das Ding ist auch einfach hier Ebenso das Ding Also bei dem bekomme ich zumindest die Ressourcen wieder Was die interessante Frage aufstellt Woraus besteht das Zeug? Kannst du das machen? Du kannst das machen Er hat kaum Sauerstoff Ist halt super ungünstig Hier ist ein bisschen mehr Sauerstoff Sollte ihm jetzt gerade halbwegs gut gehen So... Wir bauen hier eine zweite Tür hin Dann brauchen wir Für den Transport eine Förderschiene Moment... Baue ich das Ding hier hin Für so wenig Arbeit wie möglich haben Transport Förderschienenschütte hier hin Förderschienenband So... Gut... Du kannst ja die meiste normale Arbeit soweit erledigen Haben wir ja festgestellt Das heißt... Du... Gräbst dich jetzt mal hier rein Was tust du? Du entlässt unseren Sauerstoff Du willst helfen Du willst helfen Das ist schön Kann ich... D... 6... Das hier kriegt alles eine höhere Priorität Ich hoffe dass der Roboter dann das zuerst versucht zu erledigen Nachdem er natürlich den Auftrag da begonnen hat Ja... Das geht ja... Dann werde ich nämlich hier... Versuchen... Einen Bereich zu bauen... Allerdings ist... Das hier kommt erst später zu... Ich versuche mal das Wasser... Das Wasser einfach hier runterfallen zu lassen Wenn es... Es kann sein dass es dann... Wenn es hier... Sobald es hier das Vakuum berührt Sofort weg ist Kann aber auch sein dass es nach unten durchfällt Das weiß ich gar nicht so genau Ähm... So er ist auch beschäftigt Ich denke mal wir lassen es jetzt schnell laufen Müssen nur darauf achten Wie es ihm geht Nein prinzipiell sollte es ihm gut gehen Gar kein... Ah doch er hat ganz schön Stress Was hat er denn? Ungekühlte Nahrung Ja... Die ganze Zeit die geplatzten Trommelfelder sind natürlich nicht geil Aber ich habe Angst dass wenn ich ihn zurückschicke Komm wir schicken ihn zurück Ändern... Zack Andy Landing Pad Naja... Natürlich um... Base Saccharose So das sollte der Auftrag gewesen sein Richtig Richtig Das ist rot Gefangen... Ja er ist gefangen ich weiß Das ist... Das ist so gewollt Wieso... Wieso fliegst du jetzt nicht? Okay... Homebase... Saccharose... Fliegst du schon? Du fliegst schon... Okay... Gut... Schubibo... Ja es hat super wenig Sauerstoff hier vorhanden ne... Das ist halt... Das ist halt sehr sehr ungünstig Hier ist Kohlendioxid... Ich möchte nur das Wasser nicht hier rein haben... Aber hier ist noch etwas Kohlendioxid... Das würde ich gerne in diesem Bereich hier holen... Das kann unser Mann von innen erledigen... So... Verdammt... Wir haben... Bleistein freigegraben... Das ist tatsächlich schlecht... Oh Gott... Ähm... Wie kriege ich jetzt... Aaaaaah... Ich will hier echt keinen Bleistein jetzt... Also keinen Chlorgas in der Luft haben... Das wäre jetzt wirklich ungünstig... Ist da irgendwas interessantes? Da ist nur... Da ist nur ein Ast von dem... Baum da im Weg... Na... Alles gut... Wir können... Das Hexalent auch von... Dem Roboter holen lassen... Und drüber bringen lassen... Das ging auch noch... Daran habe ich nicht gedacht... Aber das ging auch noch... Einziges Problem... Dann entlassen wir den Sauerstoff hier draus... Das ist halt auch ungünstig... Hier ist... Vakuum... Dann kann das sowieso... Irgendwann noch angegraben werden... Aber erst mal... Muss er hier noch weitermachen... Ah... P6... Was ist die Problematik? Wieso macht er das nicht weg? Weil er nicht die Grabefähigkeit hat... Für... Bleistein... Ey... Großartig... So... Nutzlastöffner... Wie definiere ich jetzt... Dass der... Bereit zum Auspacken... Der braucht doch jetzt nicht doch Strom... Ne... Brauch er nicht... Warte auf Lieferung... Warte auf Lieferung... Das kann natürlich sein... Dass der auch vom... Von einem Dub... Ah... Benutzt werden muss... So... Ich lasse ihn mal schon... Mindestens schon mal die... Die Dings hinschaffen... Ja... Gut... Atmen kann der halt wirklich nicht... Ne... Tausend Kalorien sind verfügbar... Das ist echt super wenig... Aber... Teilweise davon roh... Toilette... Ja... Toilette... Zum Glück haben wir ein bisschen Erde freigegraben... Ist alles natürlich jetzt... Super... Blau... Was wir hier machen... So was das ein Dub alleine machen muss... Ist natürlich alles... Hm... Nicht sehr gut... Freundlich ausgedrückt... Sehr... Freundlich ausgedrückt... Ähm... Wie machen wir das am günstigsten? Mittlere Katastrophe... Ähm... So... Hier kommt Kleidung rein... Klar... Und... Der Bleistein... Mit erhöhter Priorität... Sehr gut... Und du bringst den... Anzug rein... Gut... Gut... Toilette... Wir sind wieder zurück bei der Toilette... Ähm... Wieso bist du da nicht fertig? Unerreichbarer Grabeort... Dann... Toilette... 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 Sanitär... So... Und Medizin... Wasch zu... Ich will... Ich will wenigstens für so ein Minimum... Sorgen... Ich hoffe wir kriegen es hin, dass er auf Toilette gehen kann... Das hier ist die... Absolut... Höchst Priorität... Bei mir ist es lieber... Er hat... Er verteilt ein bisschen was an Keimen... Als er pinkelt in unser... Becken hier rein... Was wir zum Glück geschafft haben... Okay... So... Du müsstest eigentlich Wasser abpumpen können... Das heißt... Sieben Priorität... Das ist immer Priorität... Dann... Gehe zu... Hier... Gehe wieder zurück... Es ist super schräg, was wir hier gerade machen, ne? Bist du nicht voll mit Keimen? Nö? Wo hast du das irgendwie... Keimbelastet? Ähm... Sonst ist nichts Keimbelastet... Wir hatten Riesenglück... Cool... Ähm... Ja... Das hier klappt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte... Was machen wir also? Wir... Machen das hier auf... Machen da eine Leiter drüber... Das... Der Wasserstoff wird nach oben wegsteigen... Das ist okay... Damit können wir leben... Und dann... Gibt er das hier auf... Bis auf das da... Ja... 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 Du bist... Ganz schön außer Atem... Ist mir klar... Wir graben mal das hier weg... Damit... Das Kohlendioxid... Darüber geht... Leider geht jetzt halt viel vom Kohlendioxid... Hier runter... Ist halt super ärgerlich... Ich hatte gehofft... Dass wir das hier an die Pflanze rankriegen... Und darüber... Wenigstens so ein bisschen was an... An Material produzieren... Ja... Ja... Jetzt hat es auch Augenreizung dabei... Natürlich... So... Okay... 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 Das hat soweit gut funktioniert... Jetzt müssten wir... Fürs Klima... Trockenplatten setzen... Magmatid... Ne... Hier brauche ich es nicht... Da ist im Hintergrund was... Das ist okay... So... So... Was hast du? Augenreizung... Gereizte Lungen... Nasse Füße... Okay... Ich denke... Ich denke... Wir versuchen das hier mal abzubrechen... Wir sehen schon... Dass das ganz schön haarig wird... Er zieht sich... Den Anzug wieder an... Sehr gut... Damit darf er wieder... Raus... Was treibt der da gerade? So... Das Ding hier... Soll mit ganz wichtiger Priorität behandelt werden... Was willst du gerade machen? Du machst den Bleistein weg... Okay... Okay... Ist eine gute Vorbereitung für später... Wieso... Wird das hier... Entferne Materialien aus diesem Lager... Ah... Hervorragend... Okay... Aus diesem Lager entfernen... Aus diesem Lager entfernen... Ah... Aus diesem Lager entfernen... Aus diesem Lager entfernen... Okay... Okay... Ich hätte es mir einfach mal genauer angucken können... Das hätte dann vielleicht sogar unser Roboter schon machen können... Bin mir doch nicht sicher... Was macht ihr jetzt beide? Ist er auf Toilette? Ist gleich wieder Abend für dich... Ja... Anzug ablegen... Weil die Zeit, die der... Anzug funktioniert... Die brauchen wir... Unbedingt... Frist rohes... Äh... Isst rohes Fleisch... Das ist natürlich... Oh mein Gott... Bei 50 Minuten... Aber ich bin so... Ah... Der ist halt auch bei 72% an... Höchster Stress... Ne... Oh weia... Mach mir das selber gerade richtig Stress... Wie viel... Wie viel Luft haben wir noch in dem Anzug? 55 Kilo... Okay... Ja... Wir werden dann das nächste Mal weiter machen... Okay... Das hat ja keinen Sinn... Ähm... Oh mein Gott... Ist das... Übel! Ähm... Das muss ich definitiv besser vorplanen... Und ich habe aber auch noch keine Ahnung, wie das am besten funktionieren soll... Hier ist immer noch nichts ausgeladen worden, ne? Und ich hätte das vielleicht nochmal auf unserem Planeten ausbauen... Äh... Ausprobieren müssen... Unter welchen Bedingungen? F7... Ne... Es geht um Transport... Was ist Transport? Das hier... Das Fördersystem sollte funktionieren... Ich weiß noch nicht, warum das Ding hier das nicht auslädt... Was machst du jetzt? Goldamagan... Bleibst du echt in der Tür stehen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Roboter? Okay... Oh, er macht jetzt was... Wir gucken mal... Aber das sieht gut aus... Das sieht gut aus... Moment mal... Braucht der das gar nicht? Diesen Payload-Dings da? Wir hätten das schon vorbereitet haben können... Die Plattform... Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist doch jetzt nicht dein effing Ernst... Okay... Wenn ich das gewusst hätte, ne? Das kann nicht mir viel fehlen... Wenn er das da offen hat... Bingo... Wie setzen die einfach hier hin? Ja, du kannst jetzt nicht rausgehen... Nicht ohne Anzug... Sekunde... Äh... Kleidung... Anzug... Rhone... Ey, so viel... So viel Micromanagement an der Stelle... Aber es ist halt... Auch mega spannend irgendwo, ne? Ja... Also... Ist schon krass... P... 7... Zack... Das muss hier ganz fix mal erledigt werden... Dann müssten wir... Sternenkarte... Ab nach Hause... Mal gucken... Denn eigentlich muss dann... Er hier gleich wieder losgeschickt werden... Ist er noch drinnen? Er ist noch drinnen... Das ist natürlich katastrophal... Wieso ist hier... Hä? Wie hast du es geschafft... Hier rein zu pinkeln... Während dein... Während... Das Ding hier funktioniert... Das verstehe ich nicht... Das muss ich jetzt zugeben... Das verstehe ich halt so wirklich nicht... Na gut... Wir gucken uns das das nächste Mal noch an... Jetzt heißt das erstmal... Eine sonnige Verabschiedung von mir... Eurem Sunny... Ich hoffe wir sehen uns... Zur nächsten Folge... Bis dahin wünsche ich euch... Alles Gute... Und ich glaube... Damit wir wirklich wissen... Was wir vorhaben... Wir gucken uns das Bild... Als letztes an... Und auch... Zum Anfang der nächsten Folge... Wir wollen... Roan... Erstmal wieder... Zurückholen... Jetzt heißt das wirklich... Ciao... Euer... Sunny... Aber ich weiß nicht... Wir müssen uns das... Wir müssen uns das hin...